Warte, das sieht verdächtig aus. Ahhhh. André? Ja, der chillt direkt vor meiner... Der richtige Pennywise ist da. Hallo! Hey Freunde, was geht? Und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal eine kleine TheItMap, Leute. Und zwar geht es heute einfach mal um Pennywise, Leute. Ihr wisst schon, bald kommt neue Pennywise-Filme raus und so weiter. Und wir dachten uns als anders. Machen wir mal eine krasse Map in Fortnite. Deswegen an dieser Stelle erstmal ein Grüße an meinen Bauteubi, die sie mal gebaut haben. Sederica und so weiter. Ich küsse eure Augen, auch wenn ihr manchmal Fehler habt. Aber die Maps immer schockiert. Und heute mit dabei haben wir als allererstes den Ultmensen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh yeah. Oh yeah. Ich weiß, was ich machen soll. Ich bin Odoman. Ich bin der Geilste. Yeah, ich scheiß mir heute in die Hose, weil der Clown ist hinter meinem Arsch hinterher. Wie lange soll das Intro noch gehen? Oh yeah. Yeah, oh yeah. Yeah, yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Unsere Ammots waren auch nochmal lustiger, Digga. Die waren lustig. André ist auch mit dabei, Freunde. Digga, ich glaube, da ist schon ein bisschen Scheiße reingekommen in seinen Hosen. Äh, was steckt dir so? Sorry, Bruder. Ich hab mich eigentlich gekannt. Und Malfi News auch im Start. Äh, ich hab Angst. Äh, ich hab Angst. Äh, ich hab Angst. Äh, wieso hast du Angst? Du bist doch der Killer. Ja? Ja, ja, auch. Du bist der Mörder. Auf jeden Fall, Freunde, komischste Ammots, die wir jemals gehabt haben. Ich bin auf jeden Fall heute erstmal der Unschuldige und in der zweiten Runde spielliche Mörderleute. Aber bevor das Video beginnt, Leute, kommt erstmal ein kleiner Erklärungspart und dann starten wir mit der It. Also, Pennywise. Oder, oder, oder das Video startet jetzt schon, weil die Erklärung hier nicht kommt. Hä? Was war das? Wecker. Das hat mal gepasst. Ja, Mann, fack mich nicht ab, das Video startet jetzt. Let's go. Regeln. Ihr seid die Kinder. Betretet das Gelände von Pennywise, aber nehmt euch in acht Pennywise ist auf den Fersen. Zerstört alle Generatoren, um die Barrieren zu deaktivieren. Und verlasst das Haus so schnell wie möglich. Es gibt viele Geheimgänge. Super. Gut, halt, er hat gehört, Jungs. Wir müssen Generatoren zerstören, Marvin, du bist der Killer. Ja. Das Wort Kinder steckt in der. Und in dir steckt gleich mein Schwanz. No Homo. Okay, Jungs, dann würde ich sagen, geht's jetzt los mit dem Modus. Ihr wisst schon, Leute, wir müssen mehrere Generatoren zerstören. Ich habe keine Ahnung, wie viele. Ich glaube, so sechs oder sieben oder so. Aber wir haben nur 25 HP und Pennywise kann ja irgendwo... Oh, mein Gott, was jetzt? Oh, mein Gott, ich digga... Oh, mein Gott, ich digga... Oh, mein Gott, ich digga... Hey, ich mach dich. Ich bin Stemann, hallo. Oh, what the fuck? Okay, na, jetzt weiter geht's. Bruder, ich glaube, wir sehen schon den ersten Generator. Mach die Tür zu, mach die Tür zu, mach die Tür zu. Mach zu, ich muss. Er darf nicht... Oh, mein Gott, er kommt, er kommt. Mach auf, mach auf. Haut drauf, Jungs. Wir müssen eigentlich sehen, wenn er kommt, dann kommt er hinten aus der Tür raus. Erster, erster. Vorsicht. Mach weiter. Erster Generator ist down. Mach weiter, ich klatsche. Er ist ohne Spaß. Er ist ohne Spaß. Rennt. Ich habe ihn nicht zufrieden. Oh, nice. Jungs, tut mir leid, ich muss los. Ach so. Hey, hey, Jungs. Ja. Hand. Was ist? Okay. Oh, er kommt, er kommt, Jungs. Oh, 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 oh. Oh, 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 der ist ein Prop. Er ist ein Prop. Er ist ein Prop. Renn drunter. Renn weg, renn weg. Das sieht man doch in der Mitte oben. Jemand zum Lagerfeuer. Oh, du Mann. Oh, mein Gott. Jungs, ich bin allein, ich weiß nicht, wo ich bin. Jungs, kommt doch mal zu mir. Komm mit. Okay, André, lenkt du den ab. Ja, irgendwo, warte mal. Das Ding hat mehr Leben als ein Tunkfisch-Kopf, Alter. Was? Hier ist mein Messer, Bruder. Hier ist mein Messer, Bruder. Ich traf sie mir in der Ratsa. Warte, das sieht verdächtig aus. Ah. Verdächtig. Das war so verdächtig. Okay, weiter geht's, Digga. Es gibt sogar echt ziemlich viele Geheimgänge hier. Digga, er ist irgendwo in unserer Nähe, Digga. Ich habe so Schiss gerade. Komm mit. Digga, der muss doch hier irgendwo sein. Digga, ich habe hier so Schiss, Digga, im Kanal. Ich höre nur die ganze Zeit, wie er unsichtbar wird. Also, ich habe gesagt, wo wir sind. Danke, Udermann. Vor allem, du sagst, wo wir sind. Keiner hat es gemerkt. Und du weißt ihn sogar noch darauf hin, dass du es gesagt hast. Und er so danach. Komm mit. Jesus, Kidniff, du musst flüstern. Tut mir leid, Bruder. Digga, weißt du, wo wir lang gehen? Nein. Digga, ich habe euch verloren, Digga. Digga, Udermann ist nicht wichtig. Komm mit. Warte, ich höre den. Der ist ganz close. Ja, Mann. Soll ich vorgehen? Bin ich gar nicht. Geh vor, geh vor, geh vor. FBI, auf, map. Ich komme nicht rein. André geht vor. Jungs, wir haben nur noch... Wie viele Minuten haben wir? Äh... Ah, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Vorsicht, Vorsicht. Wir sind wieder da, wo wir angefangen haben. Oh, shit. Wo ist der? Wo ist er? Er ist hier. Da. Kill den. Oh, shit. Wo ist er? Ah, ah, ah. Der ist da oben. Ach so. Digga, was ist falsch mit dem? Okay, ich suche einen Generator. Ey, Achmet, achmet, komm zu mir. Ist da einer? Hier, wo ist es hier? Wo bist du, Udermann? Nein, ich bin hier. Hier, Bruder. Ach so, wo gehst du hin? Komm, 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 hier rein. Ist da einer? Nein, hier ist keiner. Hier ist keiner. Hier ist keiner. Ah, okay, hier ist keiner. Boah, aber ich muss sagen, die Nicht-Generatoren sehen ganz geil aus, sogar. Gebt mir, mach weiter. Ich schütze euch. Er ist da irgendwo. Deft die Tür, deft die Tür. Ich mach weiter. Mach mehr, mach mehr. Okay, ich hab den gleich. Man sieht zwar das Leben nicht... Oh, mein Gott. Aber die Smoke ist nice. Ja, eigentlich hat er sich selbst. Ich sehe jetzt selber nicht. Danke, Bruder. Ey, bei mir, Jungs. Egal, schieß mal wieder drauf. Ich schieße irgendwo hin. Bei mir, Jungs. Ist der Generator down? Ich bin fast noch. Oh, ich bin tot. Odoman, ich hab dich. Geht mir, hey. Ich komme. Andre. Odoman ist tot? Ich sehe. Er ist tot. Nice. Oh, mein Gott. Okay, okay, okay. Ist Odoman... Oh, dein Ernst? Scheiße, wir sind nur noch zwei. Scheiße, Bruder. Okay, dann let's go, Bruder. Wir müssen jetzt versuchen, hier irgendwie weiterzukommen. Wir haben jetzt zwei. Wir haben drei Generatoren down. Es fehlen aber noch ein paar. Er ist hier unten. Er ist hier unten. Hier ist noch einer. Ich habe mir weggeknallt. Nice. Mach kaputt, mach kaputt. Mach kaputt, komm. Hilf mir. Ich bin da. Easy. Bring ihn, bring ihn. Lachen, Digga. Komm. Damn. Nice. Aber hier war sonst nichts mehr, oder? Guck mal, Bruder. Warte, 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 warte. Autsch, Autsch, Bruder. Äh... Pass auf, du musst aufpassen. Komm, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Da lang, da lang, komm. Lauf, lauf, lauf. Ich beschütze dich. Räum weiter, Andre, räum weiter. Ich gucke, ob er kommt. Okay. Okay, er checkt's nicht. Er checkt's nicht. Komm weiter. Oh, guck mal, was da ist. Nice, Bruder, noch ein Generator. Das schaffen wir easy. Komm, hau drauf. Zack, Digga. Teamplay, Alter. Das ist so. Guck mal, jetzt ist Odermann tot. Das läuft irgendwie viel besser. Ja, genau, Digga. So an mir. Ja, nö, tschüss. Okay, tschüss. Andre? Ja, ja. Komm mal hoch. Komm mal hoch. Okay. Äh, ja, ja, ja. Dann, dann, dann gehen wir mal gucken. Kann man hier hin? Save. Äh, warte, wir sind ein bisschen dumm, Bruder. Wir sind dumm. Ja. So, okay, wir sind jetzt hier. Da ist noch einer. Siehst du dieses Leuchten? Ja, 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 ja. Okay, aber ich glaube, Marvin weiß gar nicht, dass man hier überhaupt hinkommen kann. Ich glaube, ich weiß gar nicht gerade. Ich höre, ich bin bei mir immer. Hier ist noch einer. Komm. Ey, das sind die letzten zwei. Das sind die letzten zwei. Komm, den hauen wir. Schlag ihn weg. Klatsch drauf. Komm mich da hoch. Klatsch drauf, klatsch drauf, klatsch drauf, klatsch drauf. Ja, so viel Leben hat der. Warte kurz, Bruder. Nächstes Jahrhundert brauchen wir noch. Ah, nice. Okay, das ist kaputt. Weiter geht zum nächsten. Nein, nein, er ist hier. Er ist hier irgendwo. Da ist er. Er ist da. Komm, trau dich, Marvin. Komm. Nein, ich bin oben. Bis oben? Ich bin oben. Warte, wo ist der Letzte? Wo ist der Letzte? Okay, Andre, man kann hier gar nicht weit, aber ihr seht den Strahl. Hi, ist. Der ist irgendwo da. Wir müssen wieder ins Haus rein. Komm mit, Andre. Ja, ja, ich bin da. Ja, der chillt direkt vor meiner. Ah! Oh! Bro, ich hab nur 5 HP. Verpiss dich. Nein. Die Sache ist, ich bin jetzt One-Head. Ich kann mich nicht mehr healen, außer mit Medi-Kids. Oh, mein Gott, Marvin ist hier. Marvin ist hier. Lauf, Kip, Lauf. Nein. Nice, komm mit, komm mit, komm mit. Weiter, 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 weiter. Ah! Guck mal! Auf Mario-Style. Hä? Nein, das geht nicht. Da kann man nicht rein. Oh, shit. Doch, ich hab's geschafft. Oh, mein Gott, gib dir. Ich opfer mich, ich opfer mich. Guck mal, Andre. Ich bin tot. Ich bin tot. Geh mich, das liegt nur noch an dir. Nein. Okay, aber. Tür dich. Komm, komm, Bruder. Trau dich. Ja, wo bist du? Ich bin One-Head. Okay, aber ich glaube, das Marvin Dingens, checkt, wenn man da reinkommt, kann ich schon mal weitergehen. Hä? Ey, was ist das? Wo bin ich? Bist du doch hier hinter der Wand? Da kann man nicht hinter. Doch, kann man. Nein. Was? Wie bist du reingekommen? Wie Keks und so. Hä? Okay, Leute. Aber wir haben ihn gekillt. Heißt, wir können jetzt schnell wieder weg. Ich muss wissen, wo gibt es den letzten? Ich glaube, es fehlen sogar noch zwei. Marvin? Ja? Ich seh das. Nein. Marvin, ich seh das. Ich bin an Schneemann. Hör doch mal auf jetzt. Äh. Bist du echt? Warte, warte, warte. Okay, weiter geht's. Hier waren wir noch nicht. Wo denn? Oben. Da war ich schon. Wo bist du? Äh, nirgendswo, Bruder. Alles gut. Alles gut. Ich will dir helfen. Ja, ja, Dingens. Ich bin in... Halt deine Schnauze. Okay, den letzten Generator haben wir jetzt auch kaputt. Fehlt also nur noch einer. Ey, wo bist du, Kid Maeve? Ding, ich bin beim Unterwasserkanal. Dings, Aurich, sag dir das. So, Digga. Ich hab einen Generator. Was ist der letzte? Digga, Kid Maeve, bitte. Kid Maeve, wir müssen aufhauen. Digga, 50 von der Film noch. Komm. Du schaffst es. Du schaffst es. Noch. Ah. Ah. Ja. Ah. Ich hab's geschafft. Let's go, Digga. Digga, Jungs, ich hab, glaub ich, eine halbe Stunde nach diesem Generator gesucht. Ich würd sagen, in der nächsten Runde schmeißen wir den hier raus, weil das zu kompliziert ist zu empfinden. Aber, Leute, ich bin jetzt der Sucher und die anderen gehen sich mal verstecken, beziehungsweise die anderen werden jetzt Generatoren zerstört. Und jetzt, Freunde, wird es Zeit. Der richtige Pennywise ist da. Hallo. Achso. Nein. Du hast mich jetzt nicht innerhalb von zwei Sekunden getötet, Digga. Ich hab mir, ohne Witz Kid Maeve, hättest grad mein Gesichtausdruck gesehen, Digga. Aber ich hab mir in die Hosen gekannt, Digga. Komm, du darfst wieder mitspielen, oder? Überraschung. Okay. Odoman, wo bist du? Jungs, ich würd sagen, das Spiel kann jetzt beginnen. Ihr dürft jetzt die Generatoren suchen gehen. Und Odoman... Digga, warte mal. Pass auf, Wartmann, er ist über uns, glaub ich. Hallo. Oh, mein Gott. Nein. Ja. Ja, okay. Ja, Leute, das war's vom Video. Odoman ist weiter. Okay, Leute, ja, zwei Runden hab ich gewonnen, kommen wir zur dritten Runde. Okay, Jungs, seid ihr bereit? Ich bin bereit. So, dann würd ich sagen, könnt ihr jetzt durchlaufen und ich hoffe mal, ihr sterbt nicht wieder sofort. Digga, ich geh nicht, also das ist Marvin. Ja, ich geh nicht, also das ist Marvin. Ja, ich geh nicht, also das ist Marvin. Ja, ich geh nicht. Und er steht da wieder. Nein. Ich hab Angst. Ich höle, ich höle. Hallo. Ich kann nicht, wo die Dings sind. Nein. Aber ich weiß, dass wo die Generatoren sind. Ja, da hast du den Vorteil, Digga. Aber wir haben Odoman im Team, das verlaufen. Jungs, guck. Oh, yeah, boy. Oh, ist schon einer. Ey, er ist da, er ist da, er ist da. Wo? Er ist los. Pass auf, wer hat dieser Zug gemacht? Komm, Odoman! Odoman! Oh, nein! Ich krieg dich! Kippe! Ich krieg... Ja! Digga! Geh weg! Nein! Okay, mach kaputt! Okay, Odoman, haben wir schon mal, Leute. Geht, wir warten auf dich. Komm, mein Lieber. Ja, wo seid ihr? Sag ich nicht. Auf das Dach, auf das Dach. Ja, ich bin ja geschissen! Digga, Jungs, das ist doch voll einfach. Ähm, Kippe! Hat er auch tot? Ja! Oh, da ist immer ein Schneemann! Hallöchen, Bruder! Ja! Digga, ich glaub, der echte Pennywise ist einfach Kippen. Ey, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Warum hab ich verloren? Wir haben gewonnen? Ich hab einfach... Wir gehen das verlaufen. Das war aber scheiße. Ja, Leute. Auf jeden Fall würde ich sagen, da wisst ihr, wer der richtige Pennywise ist. Ich glaub, jetzt noch eine vierte Runde zu machen, macht irgendwie keinen Sinn. Von daher würde ich sagen, das war's mit dem Video. Jungs, ihr seid einfach alle Kacke, Digga. So, ich weiß nicht. Entweder seid ihr einfach alle Kacke oder ich bin einfach... Naja. Mein Gott. Wir wollen mir nicht selber auf die eigene Schulter klopfen. Sagen wir's mal so. Wenn euch das Video gefallen hat, chatten alle anderen ab, Leute. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Macht's gut, haut da rein. Peace!